Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe etwas verspätete Geburtstagsgesellschaft, Freunde und Verehrer von Helmut Lorz, verehrte Eröffnungsbesucher unserer Galerie und der aus gegebenem Anlass stattfindenden Ausstellung mit dem Titel Helmut Lorz, der im Allround-Künstler zum hundertsten Herz und Hand, Glück und Verstand, die in einem bunten Reigen, den ich mit dem schönen Begriff des übervollen Rand vollgefüllten Füllhorn, wo er uns apostrophieren möchte, so viele unterschiedliche, überraschende, nie gesehene Kunstwerke, Ideen, Konzepte, Blumen, Akte, schwarz-weißes, erotisches, papiergeschnittenes, gezeichnetes, fotografiertes, holzschnittgedrucktes, lithografiertes, ins Papier schwarz geritztes, farbiges, in Pastell, Aquarell und Mischtechnikgeschriebenes, gefaltenes, kopiertes, koloriertes, landschaftliches, darmstädtisches, ich hoffe, das Kopfweg geht ein bisschen weg dadurch, berlinerisches und südfrankösisches und auch Georg Büchnerisches. Soll ich fortfahren oder ahnen, merken und spüren Sie, worauf ich hinaus will, auf nichts anderes als dem Lorzsatschen Allround-Genius auf die Spur zu kommen? Es ist ein Lebensglück, Helmut Lorz begegnet zu sein. Und so beginne ich mit der Existenz dieses Menschen, hineingeboren in unsere Breiten. Ein Mensch, der vielen Glück, Menschlichkeit, Zuversicht und Vergnügen am Dasein, auch wenn er selbst nicht immer ein Meister darin war und Freundschaft, vorbehaltlose Freundschaft brachte. Es gibt die engen Lebensfreundschaften, die sich schon zur Schulzeit bildeten. Krieg, Ausbildung danach, die erlösende und befreiende Zeit des Danachs, des künstlerisch-geistigen Aufbruchs nach 1945, hier in dieser Stadt, an der Helmut Lorz er so großen Anteil genommen hat. Es sind Freundschaften über die Sezession, für die er viel, viel getan hat, über die Rotarier, über die Darmstädter und Berliner Hochschule und über die vielen, vielen und ich glaube sehr dankbaren Schüler, die von ihm Substantielles gelernt haben, Bildnerisches sehen, Kommunikationsdesign, Gebrauchsgrafisches in allen Richtungen und das, was Inhalte verbal und bildnerisch zu vermitteln haben. Und sie haben eben das, was ich Menschlichkeit nennen möchte, von ihm erfahren, wie wir alle. Helmut Lorz war ein besonderer Mensch für all seine Freunde, für all seine Künstler, Kollegen und Schüler und für diese Stadt. Ein Halbsatz habe ich hier rausgestrichen. Schön all die Dinge, die für ihn und um ihn in diesem Jahr in Darmstadt geschehen. Elf Ausstellungen an sehr unterschiedlichen Orten, über das ganze Jahr verteilt, alle eingerichtet mit viel Herzblut und alle haben etwas Besonderes zu bieten. Sie werden sehen, wenn Sie die Ausstellung zum Beispiel, ich weiß nicht, ob heute das Intef geöffnet hat, die Ausstellung sehen. Also dann gehen Sie bitte anschließend drüber. Dort werden Sie wieder ein völlig anderes Füllhorn geöffnet sehen. Helmut Lorz hatte nicht nur das eine Füllhorn, sondern er hat eine ganze Reihe Füllhorner, die er öffnen konnte. Der bekennende Heiner wird demnächst ihm Posthum verliehen. Dort hinten ist eine Ampel zum Karolinenplatz. Die Darmstädter werden mit seinem Ampelmännchen wohl über die Straße geleitet werden. Und wenn Sie neben der Galerie gucken, da ist ein großes Transparent. Meistens ist da ein Aschaffenburger Bier im Sommer ja ganz schön. Aber das ist gerade neu installiert worden. Im Führerhaus sitzt ein Helmut Lorz-Männchen, der ja zu Heinerfest-Zeiten Darmstadt vollkommen mit seinen Männchen kommt, alle besetzt. Ich freue mich auch über diese breite Presseresonanz und eben über vieles mehr. Und Helmut Lorz, der immer staunend in die Welt geguckt hat, hätte mit seiner etwas belegten Stimme eigentlich nur sagen können, staunend, alter Mann. Helmut Lorz kommt aus der Mitte Darmstads und dort ist er auch im Jahr seines 100. Geburtstags und für immer und sehr sicher und gut aufgehoben, geschätzt und geliebt von allen, die ihn kannten. Helmut Lorz hat sich immer wieder mit seinem Leben auseinandergesetzt, hat immer wieder reflektiert über sein Leben und er hat sich erinnert. Eine der frühesten Erinnerungen ist diese. Auf dem Arm meines Großvaters mit dem Kragenknopf gespielt. 1998 hält der fast 80-jährige Rückschau, Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte eine furchtbare Schulzeit. Ich hatte eine sehr anregende Lehrzeit. Ich hatte eine wunderbare Studienzeit. Selbst beim Militär ging es mir nicht schlecht. Ich hatte hervorragende Freundschaften. Ich hatte in Berlin 30 Jahre das Paradies auf Erden. Das war die Lehrzeit, die er gelehrt hat an der Hochschule. Ich habe viel von dieser Erde gesehen. Ich hatte Erfolg. Ich habe viel Glück mit den Krankheiten. Ich habe erst mit 74 Jahren lernen müssen, wie es in der wirklichen Welt zugeht. Ich bin nun 78 Jahre alt. Was will ich eigentlich noch mehr? Die letzten Jahre waren nicht rosig für Helmut Lorz und dennoch war er ein glücklicher Mensch und hat den Menschen seiner Umgebung an diesem Glück teilhaben lassen. Als Mensch vor allem, aber auch mit seiner wunderbaren Kunst. Absatz Unsere Ausstellung bringt viel, was nicht bekannt ist und noch nie zu sehen war, was in unseren Schubladen zwei Jahrzehnte schlummerte. Die kleinformatigen, dichten Papierschnitte. Wer dächte da nicht an den späten Matis? Lorz hatte Spaß daran, erotisches Blumen- und Architekturenformen aus farbigem Papier zu schneiden und zu überlagern, zu bezaubernd kleinen Kunstwerken. Die sehen Sie gleich hier an der Wand, dicht an dicht gehängt. Also nur so als Hängetipp, so zwei oder drei zusammen machen sich besonders gut. Es müssen nicht diese 20 sein. Die Arbeiten der unmittelbaren Nachkriegszeit, die finden Sie oben. Radierungen und Schwarz-Weiß-Ritzungen, eine wunderbare Zeichnung aus 1951. Fein in der Linie und dicht in der Komposition. Was für Möglichkeiten des Gesichtes. Dort finden Sie einen stilisierten Holzschnitt. Ein tolles, er bezieht eben die Struktur des Holzes auch mit ein. Und ein wunderbarer, surrealer Kopf, eine Lithographie, ein wunderbares Blatt, was auch eben oben hängen. Und die Blumenblätter, Moment, ich muss mal gucken, ob ich jetzt nicht mehrere Blätter zur gleichen Zeit genommen habe. Nein, die Blumenblätter, wie groß und ausgesprochen, ich meine hier unten mit einem großen Pinselstrich gestaltet, hingeschrieben, naturhafte Zeichen auf dem Papierweiß. Die fein nervigen Landschaften in Schwarz-Weiß, südfranzösische Landschaften im Liniengespinst aufgelöst zu informeller Abstraktion. Und die überschwänglichen, farbigen Blätter, seine Pastellblätter, Sie werden sich wundern, da gibt es einfach nicht mehr so viel, sonst wären da durchaus auch ein paar mehr. Aber auf diese Weise sind eben viele unbekannte, nicht gesehene Dinge, auch in Schwarz-Weiß. Und ich bin auch ein großer Schwarz-Weiß-Fan und muss sagen, die sind so gut, die Blätter gerade ganz gerade aus, die Zeichnung, die Landschaften oder hier vorne eben die Blumen. Die hintergründige, heiter, fröhliche Erotik, die weiblichen Landschaften und die im Liniement kleinster Strichelungen, das ist Filzstift, bitte wenn Sie sowas erwerben, nicht in die pralle Sonne hängen, sonst haben Sie ein sehr lichtes Blatt mit einem leichten Violett-Tendenz. Das war eben einfach bei den Filzstiften in dieser Zeit so, aber ich glaube, es ist auch heute noch so. Und dann, was ich besonders wichtig und schön finde, sind die Galeriebezüge. Wer zur Eingangstür hereinkommt, hält bereits einen originalen Lortz in den Händen. Das Emblem des großen N als Türgriff oder als Entwick... Also als Türgriff, also es ist so schön, man muss aufpassen, es ist ein bisschen spitze, es ist ja Eisen und so, dass man sich nicht wehtut, aber es ist immerhin ein originaler Helmut Lortz und es gibt von der Sezession ein Büchlein über die Grafik, über die Kunst im öffentlichen Raum in Darmstadt von Sezessionisten und Helmut Lortz, der Sezessionist, hat eben hier eine Kunst im öffentlichen Raum geschaffen und wenn Sie das kleine Büchlein haben oder erwerben wollen, da ist es sogar tatsächlich auch abgebildet, fotografiert von unserem Fotografen Christoph Rau. Oder die Entwicklung unseres Plakates zum 70. Geburtstag, heute vor 30 Jahren. Auch das war bereits ein Papierschnitt. Nur wie er da angefangen hat zu schreiben, seine Schrift war auch eine wichtige Sache. Er hat Buchgestaltung gemacht, Umschläge gemacht und immer lebte das aus seiner eigenen Schrift und so auch dieses Plakat und viele andere. Er hat eine besondere Schrift gehabt. Lebte er, würde hier natürlich an der Glasfront stehen, Helmut Lortz, dem Allround-Künstler. Das hätte ihm sehr gut gefallen und das hätte er mit irgendwelcher Plaka-Farbe dahin geschrieben. Wir haben also dieses Plakat gemacht und er hat immer wieder Texte geschrieben und verändert und ein Blumenstrauß im Kleinen. Die hängen oben und sind eben zu finden und dann haben sie auch das fertige, komplette Plakat vergrößert und so weiter violett gedruckt und da sind auch große Blumen, die er ganz einfach ausgeschnitten hat und deshalb hat das auch sehr viel mit den Papierschnitten im Vordergrund zu tun. Die Strumpfbänder für Edith, für die Edith. Zu jedem Treffen hielt Helmut etwas für die Edithsche Sammlung in der Hand. Sie hat nun mal also die Liebe für das Strumpfband entdeckt und es gibt wunderbare Künstler der 20er Jahre, die eben viel, viel zu dem Thema gemacht haben und das kam also, wenn wir dem Helmut Lortz begegnet sind, immer etwas Neues hinzu, manches war keusch und manches war aber doch auch sehr heftig. Die erotischen Blätter, Sie sehen sie ja auch, wie könnte Helmut Lortz anders agieren als ein Wilhelm Loth, der eben auch die Erotik zu einem Thema für sich gemacht hat, eben der Plastik. Und wie hat ihm das Thema Schachtel gefallen? Der Werkbund hat, Ott Hoffmann hat vorgeschlagen, eine Ausstellung zu machen, Thema Wegwerf und das war in der Weißadlergasse in Frankfurt, es wurde also in ganz Südhessen das Thema bearbeitet, Thema Schachtel. Und wir haben nicht in dieser Galerie, sondern drüben in der anderen, da war ein Rechtsanwaltbüro oben drüber, das haben wir voll gedonnert mit kleinen und großen und ganz großen Kartons und haben das zu einer bestimmten Zeit nach der Eröffnung vorne runter auf die Straße geschmückt und die Schaufenster war zu, Thema Schachtel, das war 1989 zu unserem 13-jährigen Jubiläum, immerhin auch schon. Eine tolle Sache und da hat er gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet. Das alles gibt es hier zu entdecken, besuchen Sie trotz Corona unsere Galerie und alle anderen Ausstellungen, die noch laufen, die Rheinheimersche gegenüber, eben die Intef-Ausstellung und es kommen bis zum Jahresende noch Ausstellungen dazu. Besuchen Sie all diese Ausstellungen und halten Sie ihn, Helmut Lorz und uns die Treue. Ich verneige mich vor Helmut Lorz und seinem Lebenswerk und grüße Sie alle sehr herzlich. Die Ausstellung könnte man an dieser Stelle für eröffnet erklären, doch übersehe man in diesem Fall vier Skulpturen, die parallel zu den Arbeiten von Helmut Lorz in unserer Ausstellung zu sehen sind. Apfel, Kirschen, Blumentopf sind Bronzen und bemalter oder geschweißter Stahl von Bruno Feger, der heute leider nicht hier sein kann, der in ein ganz besonderes Werk überwiegend für den Außenraum bezogen auf landschaftliche Zusammenhänge geschaffen hat. Wir haben die Arbeiten des Künstlers mehrfach in unserer Galerie gezeigt und ich freue mich sehr darüber, dass die Skulpturen erst vor wenigen Tagen, also er ist gerade hier gewesen aus der Freiburger Gegend nach Darmstadt gekommen sind und nun unsere Lorz-Ausstellung bereichern. Beide, Lorz und Feger, verbindet der Spieltrieb des Künstlerischen als Motivation zum Werk. Auch wenn Bruno Feger Anfang der 80er Jahre in Berlin studiert hat, sind sich die beiden real nie begegnet und doch haben sie sich hier gefunden, hier und heute, wie man so schön sagt. Doppelpunkt und nun gilt die Ausstellung als eröffnet. Vielen Dank fürs Zuhören und was in unseren unberechenbaren und verrückten Zeiten zum Stereotypen Kürzel geworden ist und was es eigentlich überhaupt nicht ist und sein soll. Bleiben Sie gesund und seien Sie ebenso vorsichtig wie zuversichtlich. Es wird eine Zeit nach Corona geben, wie die aussieht, steht in den Sternen, wird es besser, wird es schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich, das sagt Erich Kästner. Ich danke Ihnen, dass Sie an diesem Sonntag ohne Regen zur Lorz-Ausstellung Eröffnung gekommen sind und wünsche Ihnen einen schönen Juni, weiteren Juni Sonntag, sehr viel Gutes und grüße Sie noch einmal sehr herzlich in diesen Tag hinein. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt können Sie natürlich nach dem Reklamant zu 5, zu 6 reingehen. Hier ist der Eingang, da oben ist der Ausgang und dann gucken Sie sich bitte die Ausstellung an und freuen Sie sich an die schönen Sachen von Helmut Lotz. Jetzt ist die Ausstellung. Vielen Dank.